Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 11. November. Also Karnevalsbeginn hier. Das ist ja glaube ich nicht so. Naja, heute haben wir dabei Apple, logisch, Yahoo Mail, Garmin und Google Maps. Ja, beginnen tun wir mit Apple, die hatten gestern ihren dritten Event in kürzester Zeit. Und wir wussten ja worum es geht. Es geht um den ersten eigenen Prozessor für den Desktop, den M1, Desktop in Anführungsstrichen. Es geht natürlich auch um Notebooks, logischerweise. Ja, und der M1, der ist jetzt in einem neuen MacBook Air drin, in einem neuen MacBook Pro und in einem neuen Mac Mini. Ja, im Zweifelsfall wisst ihr da eh schon drüber Bescheid und wir werden im großen Geek Talk ja wahrscheinlich auch darüber sprechen. Von daher hier nochmal kurz die Übersicht und einfach mal die Preise dazu. Das neue MacBook Air beginnt ab 1150 Euro. Das neue MacBook Pro beginnt ab 1445 Euro, beides 13 Zoll. Und den Mac Mini, den neuen, den bekommt man ab 778,85 Euro. Ja, also Preise sind gleich geblieben oder vielleicht minimal angepasst. Aber dafür habt ihr natürlich ein geileres, besseres Gerät, wie so üblich bei Apple. Genug dazu. Yahoo Mail. Die schreiben gerade aktuelle Nutzer des freien Yahoo Mail Services an und informieren diese, dass die automatische Weiterleitung von Mails nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Denn ab dem 1. Januar bekommt das nur auch Pro-Kunden, die logischerweise dafür zahlen. Damit wollen die das wahrscheinlich ein bisschen aufbohren, beziehungsweise Leute von der freien Version in die Bezahlversion drücken. Tja, ich weiß nicht, ob ihr die Yahoo Mail nutzt und ob ihr auch diese Funktion benötigt, müsst ihr dann selber gucken. Jetzt aber mal zu was ganz Interessantem. Denn Garmin hat sein Schwangerschaftstracking vorgestellt. Ja, sowas gibt es auch. Damit sollen halt logischerweise werdende Mütter besser ihre Gesundheit im Blick haben. Das Ganze wird in dem Garmin Connect Ökosystem integriert und ist auf einer Vielzahl von Wearables von Garmin verfügbar. Dem Veno, dem Vivo Aktiv, dem Vorrunner und Phoenix. Ja, also, wenn es ein Thema für euch ist, wenn ihr schwanger seid oder schwanger werden wollt, guckt es euch an. Vielleicht ist das ja ganz hilfreich. Ich denke, auf jeden Fall ist es eine schöne Sache und auch mal was relativ Ungewöhnliches für Wearables. Weil oft redet man ja meistens dann über klassischerweise ein bisschen Sport und ein bisschen Gesundheit. Und letztes Thema für heute, Google Maps. Die bekommen eine neue Funktion in der Google-Zeitachse. Die Google-Zeitachse, die könnt ihr über euer Profil aufrufen. Und da gibt es immer schon halt die Reiter Tag, Ort, Städte und Welt. Da könnt ihr verfolgen, wo ihr wann, wie, wo wart. Und ja, da kommt jetzt ein neuer Bereich zu und zwar Reisen. Allerdings wohl auch nur, wenn ihr Google Maps unter Android im Einsatz habt. Und da werden dann ganz einfach vergangene Urlaube zusammengefasst. Und falls ihr eure Reservierungsbestätigung über Google Mail bekommen habt, dann könnt ihr diese bei Google.com schrägstrich Travel aufrufen und auch in die Registerkarte Reisen gucken, glaube ich jedenfalls. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich gucke es mir mal an, ich finde es ganz spannend. Ja, so viele Urlaube waren ja dieses Jahr dann leider nicht angesagt. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch, kommt gut in den Tag und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!